Hallo und herzlich willkommen bei Klingo Games. Ich bin Kirk und wir spielen heute Project Hospital. Ja, auf dem Kanal kam ja länger nichts. Ich weiß auch nicht, wie regelmäßig jetzt dieses Projekt läuft. Primär soll World of Warships laufen, auf dem Kanal jetzt wieder. Es hat Gründe, warum lange nichts kam. Hauptsächlich gesundheitliche Gründe meinerseits, wo ich eigentlich weiter darauf eingehe, was ich habe und wieso da nichts kam. Lasst euch da einfach, also die Leute, die es wissen sollten, was los ist, die Wissens, allen anderen sind es, es hat Gründe. So, was ist Project Hospital? Project Hospital ist ein Spiel, in dem man einen Krankenhaus baut. Für die Leute, die sowas kennen, wie, wie hieß das? Es gab so einen anderen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt. Das sind dann irgendwelche Fantasiekrankheiten, muss man, helles Köpfchen gibt es da als Krankheit, da muss man eine Glühbirne austauschen, dass es ein Kopf wird. Das hier ist was anderes. Dieses Spiel ist deutlich realistischer. Die Krankheitsbilder sind realistischer, es gibt wirklich realistische Krankheiten, es gibt Ärzte, es ist wirklich eine Infrastruktur, wie sie in einem echten Krankenhaus. Auch so, wenn man sagen muss, wie man vielleicht im Hintergrund schon sieht, als Vorlage könnte man sagen, ist das US-amerikanische Gesundheitssystem gewählt worden. Das ist natürlich in Deutschland alles ein klein wenig anders, aber im Großen und Ganzen ist es doch ähnlich und ob ein amerikanischer Arzt und ein deutscher Arzt einen Patienten untersucht. Die Symptome einer Krankheit sind ja auch klar und immer dieselben. Wir beginnen natürlich ein neues Spiel. Wir spielen Sandbox und dann würde ich gerne... Ja, vorgefertigte würde ich eigentlich nicht. Ich hätte gerne ein leeres Feld. Und wir wollen uns ja austoben und dann nehmen wir doch mal... Nehmen wir ein leeres Feld. Nehmen wir ein leeres Feld. C. Was macht das hier? Freies Bau? Weiß nicht. Alles freischalten. Wir wollen es nach und nach freischalten. Tode werden aktiviert. Wir wollen nach Wirklichkeit Patienten auch sterben lassen, wenn wir sie nicht als ich versorgen können. Wie lange soll so eine Folge gehen? Ich peile so eine Länge von ungefähr, ja, 10 Minuten, ein bisschen mehr als 10 Minuten an. Wie das genau ist von der Dauer und der Länge kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das werden wir dann noch herausfinden. Aber 10 Minuten ist angepeilt. So, dann starten wir mal. Wir haben einen Ladebildschirm. Ja, wie geht das Geld aus? Du kannst ja Kredit bis auf eine halbe Million Dollar aufnehmen. Im schlimmsten Fall kannst du auch etwas überschüssige Ausrüstung oder Dekoration verkaufen. Ja, also ich habe das Spiel schon mal angespielt ein bisschen. Es ist relativ schwierig, aber es ist schaffbar, wenn man sich ein bisschen reinhängt und nicht gleich von Anfang an komplett eskaliert. Manches Mal gibt es Phasen, gerade wenn eine neue Abteilung dazu gekommen ist, die man erbaut, dass das Geld etwas, ja, knapper wird, weil man vorher, also man kriegt eine gewisse Patientenanzahl. Wenn du eine neue Station dazu baust, zum Beispiel eine innere, äh, nicht innere hier, was nicht, Chirurgie und eine allgemeine oder wie die da auch heißt, also innere, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, ähm, dann teilt sich die bisherige Patientenzahl, angenommen 30 Patienten, die du bisher alle in deiner Chirurgie versorgt hast, deine Chirurgie und deine innere Hälfte. Was natürlich bedeutet, dass die Chirurgie auf 30 Personen ausgelegt ist, aber wahrscheinlich im Schnitt eher 15 Patienten überhandeln muss, sodass die Chirurgie in dem Moment natürlich überdimensioniert ist. Dadurch hat man bei einer neuen Abteilung immer so ein bisschen, ähm, finanziell Probleme, könnte man sagen. So. Grafisch erinnert mich dieses Spiel ein wenig an die Sims 1, in einem kleinen, moderneren Look, wenn man so will. Also 3D-Dinge sehen ein bisschen anders aus, aber es ist grafisch, wie ich finde, Sims 1 kommt es schon recht nah. Das macht irgendwie, finde ich, auch so einen Teil des Charmes aus. Hier unten übrigens, ich habe auf YouTube-Videos gesehen, wo dieser Fehler nicht so ist, ähm, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, ich muss mal gucken in den Einstellungen. Man kann hier hinten die Ansicht drehen, das ist, glaube ich, seit einem oder zwei Patch jetzt im Spiel, Etage, Hochetage, Runter, Wände, das ist wie bei Sims auch, Wände ausblenden, ihr blendet auch die Bäume dann aus, nur die Außenwände oder alle Wände einblenden. Das ist, kennt man, also wer ja schon mal ein Sims-Teil gespielt hat, kennt das. So, was müssen wir machen? Wir brauchen ein Krankenhaus, weil auf der grünen Wiese wollen wir niemanden versorgen. Hier hinten werden wir später unsere RTWs halten, wenn die einen Patienten bringen. Deshalb möchte ich hier in diesem Bereich dann die ZNA, also die zentrale Notaufnahme machen. Da kommt also die Ambulanz hier vorne und wir fangen nämlich auch mit der Ambulanz an. Öffne Notaufnahme Krankenhaus, genau. Es gibt Krankenkassen. Das ist jetzt hier, ja, wie gesagt, das ist ein amerikanisches System. Ich habe hier eine Mod, die das so ein bisschen aufs deutsche System, sofern es möglich ist, umändert, auf deutsche Namen einfügt und da würde ich doch sagen, ähm, ja, die Aufgabe, Entschuldigung, die kann ich noch nicht, ich muss erst drei Patienten handeln, okay. Also, es gibt hier das Spiel-in-Spiel-Modus, es gibt den Baum-Modus und es gibt den Verwaltungs-Modus. Das ist der Verwaltungs-Modus für die Notaufnahme. Wir müssen natürlich erst mal hier, das finde ich übrigens gut, hier diese Linien, die da kommen, dann kann man, wenn hier was gebaut ist, baut hier hinten, dann kann man damit sehen, dass man im richtigen Feld ist. Das hat mich bei Sims immer schon gestört, dann baust du was und dann hast du das einen Feld länger und dann ist das alles unsymmetrisch, so passt nicht, was dann auf Dauer ziemlich nervig ist. Und wir müssen halt ein Fundament erst mal anfangen, damit wir über was machen können. Ich würde sagen, wie viel Geld haben wir? 100.000, das ist nicht allzu viel. Wir bauen hier erst mal diesen Bereich. So, jetzt haben wir Fundament da. Jetzt brauchen wir natürlich auch Wände. Wände sind toll, weil Wände schützen uns vor der Umwelt. So, zack. Jetzt haben wir auch hier, wo kein Fundament ist, können wir keine Wand bauen. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass man hier die Wände gleich mit der, mit dem Aussehen quasi baut. Seht ihr hier? Da muss ich gleich dann nochmal eine Wande langziehen, die das Innere hat an Farbe und damit, dass die, ähm, ja, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber es ist ein bisschen schwer hier. Ich weiß nicht, ob man die Kamera auch anders drehen kann. Ich muss mal gucken, dass ich das gescheit hinkriege. Das gefällt mir so noch nicht. Es ist jetzt ein bisschen nervig, dass ich da die Kamera die ganze Zeit drehen muss, damit, dass ich die Wände mit der Außenseite schön bauen kann. In die Sims ist das ein bisschen anders geregelt. Man baut jetzt die Wände, nimmt sich dann Farbeimer quasi und pinselt die Wände an. Ja, Farbeimer können wir hier auch nehmen. Hier unten sind die vorgestellten angestehnten Farben. Das sind die Wände, die es gibt und wir würden, ich würde mal sagen, in der Notaufnahme bietet sich ja so ein, ja, nehmen wir was Lieblicheres. Nehmen wir hier die Farbe. Ne, obwohl das ist eher was für Röntgen und sowas, oder? Orange? Nehmen wir Orange. Ähm, ich suche Orange, na genau, ist Orange. Und wir nehmen hier diese farbige Wand, würde ich sagen. Oder nehmen wir, komm, wir nehmen diese Wand hier. Das sieht gut aus. Das machen wir so. Zack, zack, ja, jetzt müssen wir hier die Wände wieder neu setzen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das erwischt habe, habe ich nicht. Gut, so, zack, zack, zack. Jetzt haben wir tatsächlich den höchsten Teil des Krankenhauses, auch wenn das Teil aussieht wie ein ABC-Schutzbunker, fertig. Das ist so weit. Erledigt. Hier oben ist die nächste Etage, da können wir dann später weiter draufbauen. Ist ganz interessant. Das hier wollen wir jetzt uns einrichten, so. Was brauchen wir denn für die Notaufnahme, für die Ambulanz? Wir brauchen ein Wartezimmer, Wartebereich. Jeder, der schon mal beim Arzt hat, kennt das. Das ist der Raum, wo alle Kranken zusammengesteckt werden. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig mit ihren Krankheiten einstecken und das als Arbeitsbeschaffung quasi gedacht ist. Wir brauchen natürlich ein Arztzimmer, weil der Arzt behandelt sich nicht im Wartezimmerbereich. Einen Empfang, den brauchen wir, soweit ich weiß, nicht zlingend. Der ist aber angenehm, weil dort sitzt halt eine Empfangsnahme, beziehungsweise eine Sprechstundenhilfe, die es im deutschen Arztpraxen ist. Und die fragt den Patienten schon mal, was hast du denn? Und dann sagt er, ja, mir tut der Bau weh. Dann hat man das erste Symptom quasi der Krankheit schon rausgefunden und da muss der Arzt nicht erst noch fragen, ja, was hast du denn? Wo drückt der Schuh? Und man hat gleich die Krankheit, kann also vorher weit eingekannt sein und das ist hier jetzt der Reinigungsraum, den brauchen wir natürlich auch. Toiletten, Aufenthaltsraum für das Personal, Korridor, das sind halt die Verbindungsräume, die brauchen wir nicht. Fahrstuhl, das ist wenn wir eine neue Etage bauen. Was brauchen wir zwingend? Wir benötigen zwingend diese Räume anscheinend, doch, brauchen wir den Empfang? Weiß ich gar nicht. Ne, die roten, die brauchen wir nämlich, ich meine nicht. Zwingend, Toiletten brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen einen Arzt, ja, würde ich sagen, geben wir nochmal das Baumenü, weil was braucht man für ein Haus, um rein und rauszukommen? Richtig, da braucht man erstmal eine Tür, nehmen wir hier die doppelte, äh, ja, machen wir sie da hin. Und dann hätte ich gerne noch ein Fenster groß hier und da hin. So, genau. Das finde ich so gut. So, dann brauchen wir einmal die Wand. Hier kommt einmal Wand hin. Hier kommt einmal Wand hin und da kommt einmal Wand hin. Die müssen wir natürlich klein auf einer anderen Seite anmalen. Das wird der Warteraum. Hier kommt dann der Empfang hin. Wir sitzen hier vorne, dann kann man hier in das Wartezimmer gehen. Kommt hier Korridor hin. Hier vorne und ich würde sagen, hier machen wir die Toiletten hin. Das eine Arztzimmer kann quasi direkt hier hinten dran. Hier, das wird das Arztzimmer. Können die direkt vor aus dem Warteraum in das Arztzimmer rein. Weitere Arztzimmer können wir dann später hier hinten hin bauen. Machen wir hier Korridor hin und dann passt das soweit. Ich würde sagen, als Folgenlänge lege ich tatsächlich eine Viertelstunde fest. Wir haben nämlich jetzt knapp zehn Minuten. Machen wir eine Viertelstunde. Es wird herrlich. So, dann kommt hier hin und hier hin Wand. Ja, jetzt wische ich den. Jetzt habe ich ihn. Ich baue jetzt erstmal überall in dem Bereich dieselben Wandarten hin. Ja, wundert euch nicht. Ich baue immer dieselbe Perspektive. das nicht klar kommen. So, was brauchen wir natürlich für den Wartebereich? Um da reinzukommen, richtig eine Tür. Dann nehmen wir, würde ich sagen, diese normale weiße Tür. Die reicht dafür völlig aus. Und um in das Arztzimmer zu kommen, nehmen wir Glastür, Scheiße, Tür mit Fenster ist Auto. WC-Tür auf keinen Fall. Dann nehmen wir auch eine weiße Tür. Die machen wir mal hier hin. Weil wir ein bisschen finanziell gut draußen sind und das machen wollen, kriegen die auch noch ein paar Fenster hier rein. Sieht auch gleich ein bisschen schöner aus. Hier hinten, da kommen wir später drum. So. Der Fußboden sieht natürlich auch alles andere als angenehm aus, so wie der jetzt ist. Das geht gar nicht. Da nehmen wir auch hier als Farbton diesen Orangenen und das Arztzimmer kommt hier von dem Arztzimmer, ja doch, ins Arztzimmer kommt dieser Paketboden. Der Wartebereich kriegt hier etwas dunklereren Paketboden. So. Dann wirkt das ein wenig einladend, ansprechend. Man fühlt sich nicht ganz so unbehaglich, wie man das ja teilweise im Krankenhaus tut. Hier vorne im Wartebereich kommen erst mal weiße Fliesen, würde ich sagen, in den Empfangsbereich. Oder nehmen wir die weißen Fliesen. Kleine Fliesen weiß. Ne, kleine Fliesen weiß auf keinen Fall. Farbiger Boden. Ja doch, wir nehmen hier die weißen Fliesen. Ist jetzt natürlich verschwendetes Geld, was ich gemacht habe, aber gut. Wir haben noch genug, so. Jetzt müssen wir hier in diesen Dingensraum gehen und dann sagen wir, dieses Ganze hier ist ein Wartezimmer. Zack, jetzt auch mal ein Wartezimmer. Und dieses Ganze hier ist ein Erzzimmer. So, jetzt sagt er mir, hier fehlt eine Ausstattung. Da kümmern wir uns gleich drum. So, das hier vorne ist ein Korridor. Und dieser Bereich hier ist ein Empfang. Da fehlt auch noch Ausstattung, kümmern wir uns auch nochmal drum. Und dann möchte ich allerdings Korridor hier vorne noch die zwei Bereiche in dem Korridor zu ordnen. Einfach nur der Ästhetik wegen. Genau, und dann brauchen wir noch eine Toilette, da kommen wir um das Kleid rum, das Arztzimmer braucht Ausstattung. So, jetzt brauchen wir hier, klicken wir aufs Arztzimmer und dann sagt er uns auch, was wir brauchen. Hand Desinfektions Set. Übrigens, drehen kann man diese Sachen mit der mittleren Maustaste. Kommt dahin. einen Mülleimer für biologischen Abfall, den stellen wir hier in die Ecke. Dann brauchen wir einen Schreibtisch. Wer kennt es nicht? In jedem Arztzimmer gibt es sowas. Was ist das hier für einer? Sieht der besser aus. Ich hätte gerne einen, der vorne zu ist, aber sowas scheint es gar nicht zu geben. Gut, gibt es nicht. Dann nehmen wir doch diesen hier hin. Dann kriegt der Onkel Doktor einen Stuhl und weil er ihn braucht, ein PC und damit er sowas wie Rezepte ausdrucken kann, gibt es auch einen Drucker. Genau. Dann braucht man natürlich einen Schrank mit Gerätschaften, die der Arzt benutzt und wir wollen uns natürlich auch, dass der Patient sich hinsitzen kann und den Stuhl hätte ich aber gerne in schwarz. So, da kann der Patient sich hinsitzen. Dann brauchen wir hier diese Sachen wie zum Beispiel diese Behandlungsliege, die hätte ich aber gerne in einem anderen Farbton nicht einfach so einpasst, das sieht gut aus. Dann brauchen wir hier dieses Licht, damit der Arzt auch noch sieht, was er tut. So, wir brauchen noch den CRP-Analysator, den Audiometer, den Sehtest. Den Sehtest, den machen wir mal hinten an die Wand, dann kann der Patient hier sitzen, das ablesen quasi. Was brauchen wir noch? Nehmen wir hier so einen Gerätetisch, den stellen wir hier neben und da kommt der Audiometer drauf und dann bräuchten wir noch irgendwie eine Ablagemöglichkeit für den CRP-Analysator. Und dann nehmen wir mal diesen Geräteschrank, der unten ist, da kann man ja auch was draufpacken, dann sieht das auch ein bisschen schön aus. Da kommt der hin. So. Jetzt müsste eigentlich, genau, fehlende Ausstattung jetzt weg, jetzt fehlt das Personal, weil das ist ja nichts. Wir machen erstmal nur Tagschicht und die Viertelstunde war schon, es wären anscheinend 20 Minuten pro Folge. Aber naja, gut, ist ja auch nicht, ist ja nicht verkehrt. So, hier können wir jetzt Personal einstellen. Wir müssen auf gewisse Qualifikationen achten, die sind verschieden ausgebildet, und wie man sieht, also hier, der ist Arzt im Praktikum, das ist quasi eine Arzt in Ausbildung. Der hier ist, also die ist schon Assistenzarzt, genauso wie der, und das hier ist auch eine Arzt im Praktikum. Wir wollen, glaube ich, einen, also die kann man auch auflernen lassen. Und die haben natürlich verschiedene Gehaltsvorstellungen, wie man hier sieht, da unten, hier, die ist, Arzt, Assistenzarzt, will 227 haben, und hat die Eigenschaft fleißiger Mitarbeiter, nimmt sich keine Pausen. Okay. Das ist gut. Widerstand, Level sinkt nicht so schnell, oder Ruhelevel sinkt nicht so schnell, ist gut. saubere Füße ist auch verdammt gut. Diagnostisches Genie ist auch nicht verkehrt. Hat allerdings auch eine unentdeckte Eigenschaft. Das heißt, hier könnte zum Beispiel noch der Alkoholiker aufhauen, der als negativ gilt im Spiel. Ich wollte sagen, die nehmen wir, die ist dafür für ihre Leistung. Also sie hat Notfallmedizin, 17, 17% Notfallmedizin, Allgemeinmedizin hat sie nur 3%. Da hat die ja doch besser, aber Diagnostik ist die nicht schlecht im Gegensatz zu der und die hat ja hier diesen Diagnostisches Genie. Die will nur 211 Dollar, während die 274 Dollar haben will. Wir nehmen die. So. Jetzt ist hier die Dame, da ist sie. Sie ist jetzt hier unsere Ärztin für die unsere quasi Hausärztin. Aktuell ist das ja eher noch eine Hausarztpraxis statt einem Krankenhaus. Das Ärztin übrigens, man kann den Namen ändern. Vor- und Nachname. Ihr könnt hier mal in die Kommentare einen Namenvorschlag schreiben oder ihr könnt eure Namen oder einen Namen, den ihr gerne haben möchtet, Vor- und Nachname vorzugsweise in die Kommentare schreiben. Dann kann ich hier ingame noch welchen Bereich ihr haben möchtet. Arzt, Sprechstuhnhilfe, Mediziner, Technischer Assistent, Hausmeister. All das gibt es und dann werde ich die Leute im Spiel so benennen, wie er heißt. Und dann werde ich auch entsprechend die Personalien einstellen. Also aus der Auswahl. Also wenn jemand einen männlichen Namen haben will, gibt es einen männlichen Charakter, ist klar. Ich werde jetzt hier die nicht Nico nennen, Nico Winkler, das ist eine Dame, die heißt, Nicole Winkler, bzw. wenn ihr Lisa Müllerchen heißt und ihr wollt euren Namen im Spiel haben, schreibt es in die Kommentare. Dann wird das eine Lisa Müller oder Müllerchen oder wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich speichere jetzt gleich, das sind jetzt knapp 20 Minuten Videomaterial. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bis dahin, euer Klingo Games oder euer Kirk von Klingo Games. Klingo Games Klingo Games